Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart DS heute fangen wir mit dem Spiegel Modus an welche Charaktere habe ich alles genommen hab ich schon Mario das weiß ich nicht auch hier aber auf jeden Fall 8 Karate und ich fange ich nehme jetzt einfach mal Daisy ich nehme mal den Standard Achterpiste Spiegel verkehrt Also ich Daisy driftet sehr scharf sie geht eher in die Kugel rein die Kugel die Kugel ein das geht nicht Waluigi und Waluigi sind meine M-Gegner aber what the fuck aber hauptsächlich die Daisy ist so schlecht ey eh man ich könnte schon wieder kotzen kommt und zweite zweiter muss drunter zweiter ja 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 haben glückgärte joshikaskaden 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 4 4 5 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 6 6 6 6 5 5 5 5 6 8 8 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 10 11 12 14 16 Komm schon Nein Nein Ja Und dann kriege ich kein Item Nein Fahr, 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 fahr Hier kriegt man ja Oh, Alter Ich weiß gar nicht mehr, was ihr hier dazu kommentieren soll Sorry für die Qualität Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 bitte nicht erster erster jahr wo muss ich mich und so war für drei Punkte gut gemacht gut die Gute zehn Platz die Gute Ja, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe mich zu KOM 8 umgenannt. Also bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein. Ciao.